Hallo Leute, ich bekomme sehr oft die Frage, wie komme ich ans erste Kapital, um Immobilien kaufen zu können. Und der Roland, einer meiner Fans, der das sehr zeitig bereits gemacht hat, wird ich jetzt erklären und berichten, wie es geht, mit einem ganz normalen Job, mit einer ganz normalen Tätigkeit, keine Ivy League Abschlüsse, kein Doktor der Informatik. Hört ziemlich gut zu, weil es zeigt euch, dass es auch in Österreich geht. So meine Lieben, ich bekomme immer die Frage von Gerald, wie kommst du zu deinem Eigenkapital, wie hast du es geschafft, die erste Immobilie zu finanzieren, wie kommst du eigentlich zu deinem Eigenkapital? Und dann habe ich ihn gefragt, warum Gerald, wieso fragst du mich das jedes Mal? Und er sagt, naja, immer wieder fragen mich die Jungen, vor allem die Jungen, naja, es funktioniert nicht, weil da muss man studiert haben, da muss man viel verdienen, da muss man, man muss was gewonnen haben, nur wenn man was ehrt. Und das sind einfach nur Klischees, die nicht stimmen. Ich würde euch heute mit auf den Weg geben, einige Punkte, die ich umgesetzt habe, wie es funktioniert hat. Auf der einen Seite ist sehr, sehr wichtig, was ihr verdient natürlich, das ist klar, aber auf der anderen Seite, was viel wichtiger ist, sind die Ausgaben, was gibt man aus. Und wenn das nur im Balance gehalten wird, beziehungsweise stimmt, dann kann man auch natürlich finanzieren und in Immobilien investieren. Wenn man davon, von beiden Dingen, keine Ahnung hat, dann wird es schwer funktioniert. Mein letzter Chef hat zu mir gesagt, harte Arbeit schlägt Talent. Das ist Fakt, also du kannst noch so talentiert sein, wenn du nicht hart arbeitest. Genau, und ich möchte euch zwei Punkte auf dem Weg mitgeben. Das eine ist, zieh die Einnahmen, natürlich, sprechen sehr viel dafür und sind auch sehr, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite sind die Ausgaben. Ich werde auch hin und wieder gefragt, über Instagram, Facebook, wie auch immer, Roland, wie viel hast du verdient? Und dann stelle ich immer eine Gegenfrage, wie viel hast du ausgegeben? Oder wie viel gibst du aus? Das kann mir dann keiner beantworten. Und aus diesen zwei Punkten möchte ich euch jetzt einiges erklären. So, auf der einen Seite die Einnahmen. Natürlich sind die Einnahmen mega wichtig und ich würde jedem raten, so viel verdienen, wie nur möglich. Ich kenne aber genug Leute und vielleicht auch ihr aus eurem Umfeld, die verdienen 4.000, 5.000, 6.000 Euro und haben 0 Euro auf der Seite oder können einfach nicht mit Geld umgehen. Man kann sehr viel verdienen, aber nicht sparen. Das funktioniert, das gibt es leider Gottes. Weil sich bei den meisten die Ausgaben auch erhöhen mit den Einnahmen. Also, wenn man jetzt statt 3.000, 4.000 verdient, gibt man plötzlich statt 3.000, 4.000 aus. Und da ist eben der springende Punkt. Einnahmen sind wichtig. Kein Thema. Wie habe ich angefangen? Bei mir war es so, ich habe damals nach meiner Schule, nach meinem Schulabschluss, nach der Handelsschuleabschluss im Vertrieb angefangen. Ich habe bei einer großen Versicherung gearbeitet. Danach war ich Versicherungsmakler und habe nebenbei noch gekellnert. Also, ich war im Catering-Unternehmen noch tätig. Das war entweder samstags oder nach meinem Job, je nachdem, wann sie mich gebraucht haben. Diese Sache zeigt einem Banker sehr, sehr viel. Und zwar, wenn du zu einer Bank gehst und etwas finanzieren möchtest und der Banker sieht, hey, der hat zwei oder drei Jobs. Obwohl er mit einem Job auskommen würde, denn er hat Ausgaben 1.500, Einnahmen 2.000 zum Beispiel, zeigt es ihm, dass du sehr, sehr fleißig bist und diszipliniert. Denn du sitzt nicht auf der Couch voll rum nach 16 Uhr oder 18 Uhr oder je nachdem, wann der Job aus ist, sondern gehst weiterhin arbeiten, um noch mehr zu erreichen, um noch mehr zu sparen, um noch mehr Geld für die Zukunft investieren zu können. Banker sind eben Zahlenmenschen und die wollen genau das, damit sie sehen, hey, der ist diszipliniert, der verdient nicht 2.000, sondern 2.000 plus 500 aus seiner Nebentätigkeit. Das heißt 2.500. Und das sind eben Dinge, die Banker lieben. So, und dann gibt es noch den anderen großen Brocken, die Ausgaben eben. Und wie schon vorhin erwähnt, mich fragen Leute, was verdienst du? Dann sage ich, was gibst du aus? Und plötzlich gibt es keine Antwort. Wie meinst du das? Was gibst du zum Beispiel für Lebensmittel aus? Weiß ich nicht. Was gibst du zum Beispiel fürs Tanken aus? Circa 200? Nein, nein, ich will es genau wissen. Und das sind eben die Dinge, mit denen ihr euch befassen müsst, damit das alles passt natürlich. Weil wenn ich nicht weiß, was mich mein Auto kostet, was ich Tank zahle, was mich das Essen kostet, was mich Versicherungen kostet, Miete, Strom und so weiter, dann habe ich nie einen Überblick und kann nie wirklich einsparen, beziehungsweise mir noch mehr Geld auf die Seite legen. Und das ist eben das Wichtige. Auf der einen Seite die Einnahmen und auf der anderen Seite die Ausgaben. Ich zum Beispiel mache es so, wenn ich zur Banke, zumindest früher, jetzt momentan muss ich es nicht mehr so machen, Gott sei Dank, da kam die Dame oder meine Beraterin, damals war es eine Sie, und hat ihre Einnahmen-Ausgaben-Zettel rausgenommen. Und sie sagt, nein, nein, du brauchst das nicht. Sie sagt, doch, wir müssen das durchgehen, das ist von unserer Vorschrift halt. Und ich sage, das müssen wir nicht. Ich habe einen Laptop umgedreht und ich habe ein Excel-Tool, das ich ganz genau führe. Also ich weiß ganz genau, wann ich wie viel getankt habe, was ich bezahlt habe, wie viel Liter, was der Liter gekostet hat. Also ich mache es wirklich sehr extrem. Die Banker sind, wie schon vorher erwähnt, Zahlenmenschen. Die lieben es, die lieben Zahlen, deswegen arbeiten sie jeden Tag mit Zahlen. Und wenn ich meinem Banker zeigen kann, dass ich genau weiß, wie viel ich eingekauft habe, wie viel ich getankt habe, wie viel ich Stromrechnung bezahlt habe. Und ich habe das in verschiedenen Kategorien gemacht. Also ich habe Fix-Ausgaben gehabt, ich habe Variable-Ausgaben gehabt und so weiter. Ich wusste ganz genau, dass ich ein Cocktail trunken habe am 26.02.2018 zum Beispiel für 4,29 Euro. Das habe ich mir genauso aufgeschrieben und dem Banker dann auch gezeigt. Und eben aufgrund dessen, dass ich meine Finanzen sehr, sehr gut geführt habe, haben meine Banker eigentlich meine ganzen Ausgaben gehabt. Sie mussten mit mir jetzt nicht unbedingt diese Einnahmen-Ausgaben-Rechnung machen, haben es dann im Endeffekt doch kurz durchgemacht. Aber das war nicht ausschlaggebend, weil ich habe dem Chef zum Beispiel gesagt, also man nimmt jetzt pauschal an, man zahlt 80 Euro GIS-Gebühren und Handy und Internet. Und ich habe ihm zeigen können, hey, ich habe weder ein Fernseher noch Internet noch das. Ich habe nur mein Handy. Und das habe ich ihm über Monate zeigen können, dass ich nichts bezahle. Und eben wurde mir das auch rausgestrichen. Das funktioniert aber nur, wenn ihr eure Finanzen im Überblick habt. Auch beim Auto zum Beispiel, da haben sie mir viel, viel höher angesetzt. Ich habe gesagt, nein, das müsst ihr nicht höher ansetzen, denn ich habe eine genaue Excel-Liste, wo alles genau beschrieben ist, wie viel die Reifen gekostet haben, wie viel die Vignette gekostet hat, wie viel, egal was ich fürs Auto ausgegeben habe, das stand eben in dieser Excel-Liste. Tag, Datum und Betrag natürlich. Das ist eben das, was Banker lieben. Auf der einen Seite die Einnahme, das ist sehr wichtig für den Banker, aber auf der anderen Seite die Ausgaben. Es ist unwichtig, wenn ihr 5.000 verdient und 4.000 oder 5.000 selber ausgebt. Das bringt dem Banker nichts, 5.000 einzunehmen und nur vielleicht 2.000 auszugeben, damit man ihnen sagt, mir bleiben 3.000 jedes Monat übrig für meine Investitionen, für meine Zukunft. Wir müssen es ja gar nicht so extrem machen. Gehen wir nur aus von 2.500. 2.500 kann jeder verdienen. Der, der es nicht verdient, der möchte es nicht verdienen. Aber verdienen könnte es. Jetzt ist nur die Frage, was ist einem wichtiger? Die Zeit oder das Investment? Manchmal muss man eben Zeit investieren, um dann danach das Investment zu bekommen. Aber es geht meist beides nicht, außer man hat so einen geilen Job wie Gerald, der, ich möchte es nicht sagen, ich kenne sein Einstiegsgehalt, mega gut verdient hat. Da kann man sich auch ein Porsche nebenbei leisten. Aber grundsätzlich fängt jeder normale Mensch bei 1.500, 2.000 Euro an. Und genau da ist es wichtig, die Finanzen im Überblick zu haben, zu wissen, wie viel man isst, wie viel man für Getränke ausgibt, wie viel man für Sprit ausgibt. Also ich kann euch ein konkretes Beispiel von mir erzählen. Also ich esse sehr gerne Himbeeren und esse ich heute noch sehr, sehr gern. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang sehr, sehr viele Himbeeren gegessen. Und ich habe das so genau gemacht, dass ich sogar die Rechnungen von Billa, bei uns gibt es Billa, ich weiß nicht, in Deutschland Gräwe oder so, habe ich unterteilt in Dinge, die ich wirklich brauche und Dinge, die ich einfach nur als Gusto gekauft habe. Also weil ich einfach Bock drauf hatte. Und bin dann hergegangen und habe gesehen, jeden Tag, zwei, drei oder sogar vier oder sogar mal öfter Himbeeren gekauft. Und Himbeeren, wir wissen alle, sind nicht gerade billig. Also 125 Gramm kosten ca. 2 Euro oder 2,50 Euro, je nachdem, ob sie im Angebot sind oder nicht. Und ich habe das dann wirklich so drastisch reduziert, weil ich gesehen habe, jeden Tag zwei Himbeeren packen, kosten mich 5 Euro. Ich könnte aber vielleicht nur zwei in der Woche essen. Und eben auf diese Kleinigkeit, natürlich muss man das nicht so genau machen wie ich, ich war ja wirklich ein, ich würde schon sagen, ein krankhafter Typ. Ich habe das wirklich sehr, sehr, sehr ernst und sehr genau genommen. Aber diese Dinge, weil ich so genau genommen habe und eben auf etwas verzichtet habe und gar nicht gänzlich, sondern einfach nur reduziert habe, habe ich mir einfach Disziplin angewöhnt. Das ist mal das Erste, was für mich sehr wichtig ist, Disziplin. Ich muss nicht jeden Tag fortgehen, ich muss nicht jeden Tag dort essen. Ich kann auch mal einstecken und das ist Disziplin, das gefällt den Bankern auch. Und zum Zweiten konnte ich mir natürlich auch mehr ansparen, denn wenn du nicht mehr jeden Tag 10 Euro ausgibst für Himbeeren, kannst du dieses Geld auf die Seite legen. Und ich habe 10 Euro nicht in andere Sachen investiert, sondern eben auf die Seite gelegt. Also ich habe sie nicht woanders ausgegeben, sondern wirklich gespart. Und wie gesagt, man kann es wirklich ins Extreme führen. Aber in meiner Anfangszeit weiß ich zum Beispiel, da habe ich einmal im Monat aufgetankt. Also ich habe wirklich einmal, am ersten habe ich aufgetankt und ich musste damit auskommen, das ganze Monat damit auskommen. Das war mir halt wichtig. Wenn man keinen Überblick hat und man weiß nicht, wie viel man tankt, man weiß nicht, zu welchen Preisen und so weiter, dann verliert man sehr schnell den Überblick und auch die Finanzen. Plötzlich verdienst du 2.500 und du wunderst dich, sechs Monate später, dass du 0 Euro am Konto hast. So, und wenn diese zwei Komponente jetzt passen, auf der einen Seite die Ausgaben und auf der anderen Seite die Einnahmen, dann kannst du eigentlich grundsätzlich jeden Banker von deinem Konzept überzeugen. Und dann kriegst du vielleicht mal auch 110% finanziert oder vielleicht 100% oder 115% vielleicht sogar. Natürlich musst du auch die Immobilie mitspielen. Aber du gibst dem Banker ein Vertrauen. Und zwar, dass du mit Finanzen umgehen kannst. Weil wem finanziert ein Banker? Jemanden, der nicht mit Geld umgehen kann oder mit seinem Geld umgehen kann? Wenn er mit seinem eigenen Geld umgehen kann und sehr sparsam lebt bzw. gut investiert oder spart, je nachdem, dann kann er auch mit dem Geld der Bank gut umgehen. Ich sage so, wer aus einem Euro keine 2 Euro machen kann, der wird aus einer Million auch keine 5 Millionen machen können. Also, wer mit kleinem Geld umgehen kann, kann auch mit großem Geld umgehen. Und umgekehrt ist es genauso. Wer mit kleinem Geld nicht umgehen kann, kann mit großem Geld definitiv nicht umgehen. Danke fürs Zuschauen und danke für eure Zeit. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt oder gemeinsam mit Gerald oder einzeln, einfach mal liken. Und falls ihr spezielle Fragen habt, gerne in die Kommentaren. Wir werden diese beantworten. Und ansonsten könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Wir werden da, also ich mache dort meine Fix & Flip Projekte, Bauprojekte. Dort nehme ich euch live mit. Und ich würde sagen, wir sehen sich vermutlich in einem nächsten Video. Und ich wünsche euch gute Deals und gute Erfolge. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Amen. Bis zum nächsten Mal.